Der Widerstand Sieht nicht so aus, als lief es gut für den Widerstand. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleich mich um sie herum und spreng ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Ach! Ach! Guck! Bitteschön. 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 Oh, wie fühlt sich das an? Bitteschön. 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 Mist. Bitteschön. Bitteschön. Oh nein! Bitteschön. 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 Oh, das war nicht so leicht. Eine Art. Ist nation aus? Bitteschön. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, dear Madness. Ja, ich glaub, das war der Letzte. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Hey. Was? Hier drüben. Hier, schau mal, da ist deine Feuerleiter. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Geschafft. Okay. Geschafft? Ja. Komm schon hoch. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Wirklich clever. Okay, bin drin. Oh, Mist. Bis dann. Hier lang. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Das bringt nichts. Ich brauch Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werd mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Es geht weiter. Oder ist mal passiert. Oh, nee. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Oh! OK! OK! You're right! Ich bin da! Da! Ja! Ja! Wie war das, ha? Stopp! Nate? Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Ich hab's. Gleich geschafft, komm! Und hoch mit dir! Na, das fängt ja an dir Spaß zu machen. Hey, check it out! Marco! Landratte! Okay, hier lang. Und noch mehr klettern. Ja, so ist das doch immer. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? War ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Ich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Statt durchkämmen, finden und aushalten. Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate! Wir müssen weiter! Na los, Nate! Wir müssen weiter! Ah! Ah! Na los, Nate! Verdammt! Wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? So ein Mist! Okay, schaff' dich! Gib' mir die Hand! Geh' schon! Geh' schon! Hier durch! Ja, okay! Alles okay? Ja, alles okay! Ah, he's there! Okay... That's it! Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut! Oh, Mist! Nein! Es wird sein! Scheiße! Nein! Das was tun die da? Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Ah, Mist! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh, Mist! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh, Mist! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh, Mist! Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade neben Saison, was? Na los. Ja, da ist er! 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 Ja! 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 Ich suche einen anderen Weg runter. Oh, hey, hey, nicht schießen. Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Lena! Jack! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevic, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen. Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmlungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt, jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind... Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevic uns einholt. Also... Oh man, Nate. Hey, 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 Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm, sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Ach, verstehe. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst? Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevic dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, versteh schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauf! nochmal drüber nach. Lauf!